und damit ein herzliches willkommen zurück zu lego jurassic world hier beim mobilen labor gibt es weitere goldsteine zu sammeln habe ich es vermisst leute habe ich diesen game vermisst wasser ja schon ewig nicht mehr spielt deswegen weil sie auch kaum noch was für charakter wir haben ja da war die codierung ganz kurz ausgelastet sowas mag ich ja überhaupt nicht ich hoffe das bleibt nicht gut drache könnte mal wieder ich habe das game vermisst glaubt mir diese frame einbrüche also es bleibt nicht stabil in 60 fps so so okay das wird schon so nichts ich brauche einen rambog diese konstanten frame einbrüche ich kann das spiel auch nicht im fenster modus starten ja hallo so so jetzt sind das jetzt machen sollen mit dem geht es auch nicht ich guck nochmal ob ich das vielleicht erbinden kann ich weiß nicht warum das so konstant lag man cpu ist so gut eigentlich 64 gb ram ich könnte kotzen ich könnte kotzen dass es trotzdem immer noch so scheiße ist jetzt ist die codierung schon wieder überlastet und das wäre fast mein tod fast ein fail geworden weil ich auf die codierung geachtet habe ich kann ja mal gucken ob ich irgendwie mit dem fenster modus starten kann ich habe das gefühl im vollbild modus leckt das wie sau wieso habe ich auf einmal nur noch zwei leben ich bin schon eben gegossen so das war der hier gibt es doch noch ein foto oder nicht so vermutlich da oben ich muss das nachher prüfen das geht so nicht ab auf denn die geht das 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 lebih das Vielen Dank. Da oben gingen jetzt die Teile. Eigentlich schade. Wirklich sehr schade. Dass es nicht so funktioniert wie es soll. Kommen wir jetzt hier alles, ja? Gut. Da würde ich sagen, wir machen im nächsten Part weiter und ich gucke mal, wie ich das jetzt machen kann. Bis demnächst schon.